ja wie haben wir denn maximal dass uns gar nicht gehen zu kaufen glaube ich keine ahnung glaube ich immer noch ein paar und den ein api für 10.000 gold sind so dann kauft man den kram noch und das war's dann oh mein gott das game geist muss gekämpft hallo geist stört meine qual von tod ist in dem ich die verkörperte mein level kram so noch schleim ist das kommt die wird hört man mal so ich war auch sehr hat keine doch sie hat eine sound bei der kopf und ich habe mich schon gefragt das war kein bisschen zu viel aufwand der ist eine halt rein genau gleich was für die belohnung kennen wir sie zum bock die zu machen nicht klaus eben der fünf schnelle bewegung erlernt also schon so schnell bewegen überraschte gegner warte alter dessen endgame gegen hydras spiel und das sind übrigens wir verlängern und spirale des todes ich bin verwirrt ganz ehrlich es ist ja ja kommen ach man mal ich hätte doch das soll ich einfach kaufen können ich habe mal kurz ja am laden kommen gegner wo ich die den kart ausgeschaltet habe kurz erst er geht meine güte so naja kommen heiter geheimladen so als schwert weg damit ja ist ja ich frage ich weiter mit zehn kämpfe gehydrat wir können ja noch leben aber aber nicht dass die hier auftaucht in dem baum wir sollen ja ich eingekommen seien das was ich komme ein paar von den dingen hier so der vernünftigen kann das dann danke ich verspreche das ganze mal die 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 da war auch 50 gold sollte ich dann halt doch mehr wenn ich den schutzhaut schwere verkaufe nun hat man jetzt schon am anfang der höhe sah es sieht nicht aus wie wohl wie es wohl in einem baum aussehen sollte ja aber habe ich schon gesagt aber dieser raum schlägt alles was sie zuvor gesehen habe das mag sein los wir sollten uns mit bei einem sehr jetzt wird es heftig die im wägen dapel erneben wie am bäckchen dapel speichern besser ja ich bin hart neben neben nein besser ja hier zurück da war dieses kommen wir werden also da ja 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 es gibt auch sowas wie switches entwickler es ist nicht immer ich gerade nicht ist er geht ich glaube was zum was zum fack ich laufe der wahl und ich bin so lustig trolle ja du schon wieder jetzt sind wir uns etwa klaus ich dachte ich hätte ich umgebracht übrigens ich also gar dios merkte diesen namen gut gegen dich habe ich nicht aber mit halber kraft gekämpft diesmal mache ich dich fertig kleiner selbst zu zweit haben die nicht die chance die ihn auch einer chance gegen mich wenn er auf quake was war das denn also das war denn das wir haben labern schnappt sich meine kumpel den waldkristall das könnte ja besonders sein was aber man genug mit bugs soll ich es dir zeigen und nein bleibt stehen zu schreiben die beschreibung soll ich sehen mein gott das geht die im einkauf dass ein fernwirt wird die der salon schon wieder hier ja alt bm denn dass ich die die wunder geht dann denn ja ich er was machst du denn jetzt so ein schwerer davon hp er macht ja schaden okay aber kurz und kürzlich dass er vergiftet ist das heißt nur noch mal rund um jetzt tot aber du weißt bei ihm kurz die 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 gl morgen haben wir nur vis到 vergiftet warum st geschrieben nicht�osto ist nur im kreuz voll danke die lüte dünn dann bist du es nicht noch in die leger ziehen entwickelt wir haben das ist die 50 60 70 40 sind das nur okay da muss ich noch nicht heilen da war das verschwindet naja du musst erst danach mal getan die serie abwehr so eine ep was prima wir haben wir haben schlagen können aber das ist ein weg was du mit ihnen und machen am besten wir machen das erst mal auf dem weg zum dorfer dessen er weiß ich ja weiter ok hallo dort weit ist da doch weit ist da war man kann man kann man kann man kann man vor dramatischer musik darf alles ist ja die kristalle aus dem quale baum wurde gestohlen was hast du da das ist erschrecklich kann man kann mir mal jemand erklären was an den kristallen so besonders ist ja genau was ist eigentlich mit dem kristall kreuz nannte in weit kristall nicht radios kreuz nicht radios nicht radios nicht besiegt ihn ein monster mit diesem namen er und sein kumpel wollten die kristall klauen radios haben die besiegt aber sein kumpel konnte mit kristallen kommen nun auf jeden fall ist der edelstein ist weg punkt ist ihr ich weiß nicht wer hinter den kristallen her ist aber ich glaube ich weiß warum und warum da fällt ist er wer schafft alle acht ist teile der heiligen scheiß mentors legende zusammen an allen mir unbekannten auszubringen der kann ein dimensionstor in die heilige welt scheiß mentors öffnen scheiß mentors öffnen und einen drachen beschwören der dann deine wunsch erfüllt suchte hier teilen wo ist unendliche reichtum und unbegrenzte macht sein dort verborgen sein und so können wir das alles noch verhindern schätze wir müssen so viele kristalle möglich finden und wir müssen versuchen den kopf zu finden der in der alten steckt der story der story und der music wechsel alle paar sekunden wird die die musik gewechselt ist er noch jung ich sollte diese aufgabe nicht übernehmen wir wollen es aber nicht mehr klaus aber wir wollen wir wollen wir wollen das sorgen kann für den ohrsturz gehörsturz wahrscheinlich ich weiß nicht ob gar das noch lebt aber wenn da bin ich es der enkel dich tötet darauf als es da weißt du wohnt noch einer dieser kristall ist in zahl sehr zahl sehr sollte noch einer sein dort ist ein taum mit dem windkristall zahl sehr exiglich von dieser stadt ich wünsche euch viel glück ja natürlich auch er ist nicht auch mal heilen können ach so halte ist er kann man sich ja mal mein 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 achten treffer auch doch alles heute gehalten ich dachte eine komplette heilung ist gut oder mal 6 rock und auf 6 spalt 1 du mich auch zieh zu dass du dich mal haus was sich zu dass ich mache für die blicken lässt klaus ok wohin soll ich jetzt und wissen wir raus ach da südlich das dorf ist ist die stadt zahl sehr nötig von mir finden ist ein alt im shop shop ich komme bin ich auch nur falsch schreiben bis eine halbe transperren der adler what the fuck nein ich wollte da nicht rein weg da so wird es auf einmal die musik und spielst einfach nur instrument das ist normal da soll ich nicht passieren mein sonnen von naja in der alten shop werde auf südlich zahl sehr noch weiter südlich zahl sehr torben wessi von zahl der weg beschreibungen der weg beschreibungen epic as fuck so epic hallo das mädchen dank danke dass du mich in was dann geht dass du mir im punkt geholfen hast das ist die ach das ist der so ok was haben wir denn super ein video teilt eine staussveränderung in 200 wo ist sehr gutes hat schwert er dringend schützt für erde seit 1500 wieder aus dem keine beschreibung hätten einfach cool aus schickes gleichen muss das sein diese alte beschreibungen ich habe nicht immer genug geld um irgendwas zu kaufen ja wow wie viel geld brauchen wir denn haben das ist sogar schwächer als meine rüstung war unter schwächer als eine fucking jeder rüstung wir brauchen 280 ok aber auf der weg hatte gegner ja ok ja wer kann sagen die ob es klinik geht naja geht es war der 80 frau ich noch na gut das ist relativ vom füge eigentlich ein alter um ein halb tag sparen der andere was macht ja was hat er hier zu suchen die planung die 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 da ich ja mal wohl diesem komischen stadt die 140 gott sehr als ebene 6 blind zauber an der paralie was paralyzes paralyze wahrscheinlich wohl nicht übersetzt Blinzauber ist ein Feind erbinden. Paralyse ist Paralyse auf einen Feind. Aha, okay. Wir haben genug Geld. Von daher... Ja, schluss.